Hallo zusammen, es ist der 18. Dezember und es wartet wieder ein neues Türchen auf euch. Habt ihr denn ein Ritual oder irgendetwas, was ihr jedes Jahr Weihnachten macht? Schreibt mir das doch gerne mal in den Kommentaren. Und jetzt viel Spaß beim Öffnen des Türchens. Der Plätzchenclub von Anne Perlman. Hier geht es um zwölf Frauen, die in einem gemeinsamen Club, nämlich dem Christmas Cookie Club sind. Und sich jedes Jahr zur Weihnachtszeit treffen und darüber austauschen, was in ihrem Leben alles so los ist, was so passiert. Sie lachen und weinen zusammen und das vermittelt einfach eine wunderschöne Weihnachtsfreude.